Ich war so offen, also es war auch ganz verrückt. Es waren so alle Schichten, die man sich so im Leben vielleicht auch mal drauf schafft, die auch wichtig sind, dass man was aushält und dass man sich nicht von allem aus der Bahn werfen lässt. Aber ich hatte das Gefühl, ich war wirklich so runtergepellt auf die pure Essenz der Seele. Und wenn nur einer mich angepustet hätte, wäre ich in Tränen ausgebrochen.